So hast du uns noch nie gehört. Sing mal einen Song, das Tauschkonzert. Das Tauschkonzert lebt davon, dass einer von uns sieben im Fokus steht und die restlichen sechs singen an diesem Abend seine Songs. Wir kommen alle aus völlig verschiedenen Genres. Volksmusik, Rock, Pop, Jazz und diese ganzen Stile, die treffen tatsächlich geballt irgendwie aufeinander. Das ist wirklich die schönste Fernsehshow, die jemals mit erlebt hat. Sing mal einen Song, das Tauschkonzert. Und danach die Sascha-Story ab nächsten Dienstag.